Garni dachte man könnte Pause machen aber sie war ziemlich naiv Ich war im Pausenmenü! Ja und? Wir spielen zu zweit! Selbst wenn du Pause machst, könnte ich weiterspielen! Oh nein! Ach ne, ich dachte ich will das eigentlich schon dir und das ist mir gefallen Oh Gott! Ich komme von unten immer hoch Oh! Was ist denn der? Ach Yolo Ach der schießt vorhin hinter der Wand! Au! Okay, das war mein Gesicht, das war nicht nett Oh Gott! Au! Oh Gott! Oh noch so ein kleiner Krabbler hier! Oh verdammt, das war jetzt nicht nett! Was? Ich habe gerade noch so ein kleiner Krabbler, ich brauche mal die Pusten... Oh! Leben! Nee! Ah! So, wollen wir jetzt Schluss machen? Bin gleich tot! Oh! Was? Was? Eine Armbrust? Oh! Ich kann mal meine Armbrust auswechseln! Mensch! Das hatte ich ja noch gar nicht! Ach da unten sind immer noch welche! Du wolltest ja unbedingt noch durch die Tür, ne? Ja! Unbedingt! Okay, das war jetzt Verschwendung eigentlich! Mann! Ich kann nicht mehr auf den den Zielen! Was war das denn gerade? Bitteschön! Einfach draufhauen! Oh, da hinten kommen mehr! Wer wäre überrascht! Hm... Gut, zerschieß ihre Schilder! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Wer hat da so drum gebettelt? Ja! Kann ich das kurz mal eben unterbrechen? Ja! Ja! Bleib stehen! Gut, dann bis gleich! Okay, bis gleich! Ähm, ja, es geht doch weiter, weil ähm... Sie ist verwirrt! Ich bin geistig verwirrt! Lass mich in Ruhe! Das ist eine positive Eigenschaft! Schaut auf, Traum herum zu kritisieren! Ich glaub wir kommen hier gar nicht rüber, oder? Hm... Doch! Oben auf die Treppe! Ah ja stimmt! Und dann oben runterspringen oder so? Hinten runter! Ne, hinten runter einfach! Ich geh mal noch eins weiter hier! Ne, ist auch nicht zum Kaputthauen! Ich meine, runterspringen geht auch, aber ich geh lieber über die... Treppe! Das ist mir einfach sicherer! Ich hab da noch einmal Spannendes oder so! Das ist nicht riesig! Ohohoh! Hier wird's was zum Kaputtmachen! Natürlich nur Mana drin ist! Ich wose doch... Was soll ich denn mit dem ganzen scheiß Mana, Leute? Hm? Oh, hier ist eine Bombe! Warte, ich will mal eben noch... Wenn's was bringt... Ah ja, stimmt! Hast recht! Mensch, Anni! Oh, das sieht aber nett aus! Und? 400? Bist du und... Ich nehm! Ich nehm gerne! Das frage ich überhaupt, ob... Ich nehm! Ich bin hier der... der anforderster Front kämpft! Ja, deswegen möchte ich ja eigentlich was und zu... Ja, Mana nehm ich gern! Mana Wasser! Herrlich! Wenn ich dir sogar ausausweise... So, hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch... Ja, dachte ich mir! Transportieren kann man die Bombe nicht, ne? Ich glaub nicht! Das würde mich sehr wundern! Oh, hier ist ein Schädel auf dem man eventuell... Ich probier das mal eben! Ja! Oh! Sehr schön! Oh! Das ist cool! Such Schädel! Achso! Mal sehen, ob wir dieses Rätsel lösen können! Ah! Hier ist auch die Tür dazu! Boden! Ja, hier hinten auf jeden Fall! Ich bin sie wieder runtergesprungen! Ja, die ist unten! Ich wüsste auch nicht, wo die nächsten Schädel... Die müssen dann ja hier irgendwo in diesem Areal sein! Alle! Hm! Such Schädel, die einfach so an der Wand hängen! An der Wand! Ich hätte ja gerne den noch gesehen, den du abgehauen hattest, aber... Geh mal über... bist du an der Tür? An der... ne, ich bin nicht an der... ich weiß nicht mehr, wo die ist gerade! Ah doch jetzt! Ja! Genau, so einer! So einer muss irgendwo an der Wand hängen! Einfach so miteinander an der Wand! Ja, jetzt wollen wir nur noch zwei! Also auch so wie die, die du schon mal kaputt geschossen hast! Jo! Schädel eben! Jo! Ah! Nächster! Der ist in dem Raum, wo wir gerade das Schild gefunden haben! Okay! Warum kam jetzt keine hübsche Animation von der Tür? Kam bei mir auch gerade eben nicht! Mach dir nichts draus! Achso! Okay, dann... Vielleicht noch mal auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite von... Das ist so eine neue Schlüsse! Ich bin mal eben wieder hier oben... Hm... Da hab ich ja von oben besseren Überblick oder so... Aber ich würde eigentlich auf der anderen Seite noch mal runtergehen... Achso! Hm... Oh, hier ist die Armbrust gewesen, genau! So, dann könnte ich hier runter... Und... Ja, ich gehe auf der anderen Seite noch mal runter und guck da! Hm... Tja, Leute! Sehen wie Wühlbildspiele oder sowas? Oh, das mache ich ja immer gerne! Ja, darum bin ich nur unglaublich schlecht! Achso! Ich hab mir mal so ein Sitz-Play, weil ich hab mal irgendwo ne Demo gespielt und hab ich das Spiel gekauft... Also weil es wurde mir quasi so geschenkt für nichts... Hast du? Ja! Ja, ich hab ihn! Ich treffe ich ihn auch! Ich hab ihn getroffen! Tja, die Tür ist offen! Der hing... Genau, der hing, ähm... Über... Oh Gott, ey, ich will auch mitkommen, ne? Danke! Äh, jetzt muss ich dir erstmal wieder hinrennen! Kann ich auch von der Brücke springen? Kannst du dich teleportieren? Momentan nicht, aber kann ich auch von der Brücke springen? Richtung große Tür! So schön! Dann komm ich da hin! Sooo... Ich hoffe, er erwartet uns jetzt Schätze und keine riesigen Spinnen! Weil irgendwie sieht die Tür so aus, als hätte die ganz viele Augen! B festhalten! Was? Du solltest da oben einen feilen... Achso, weil da auch ein Schädel war, oder wie? Ja! Hier nimm du den Schatz! Oh, danke! Hast du ne verzauberte Waffe? Eigentlich schon, also... Ich glaub, du hast da bessere Chancen, um was Gutes rauszukriegen, als ich! Ja, du willst eigentlich nichts außer dem Schwert! Deswegen! Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Schwert rauskriege... Oh ja! Also an sich... Was hab ich denn gerade? Ich hab doch schon da so einen Scharfschützenbogen, oder was? Dann hatte ich ihn aufgenommen! Aber... Auch gut! Will ich das? Das ist so ein schöner, schneller Bogen jetzt wieder! Während Anni noch mit sich selbst dreht... Will ich das überhaupt? Okay! Gucken wir's mal! So... Hab ich jetzt so einen schönen Megabogen? Mit Gemütlichkeit, meine Truhe und ge... Ja, okay! Haben wir's! Du, 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 du! Hier auch runterspringen, ne! Okay! Dann kann ich eh nur auf dich warten! Oder kannst du dich teleportieren? Nein! Und jetzt? Nein! Ich bin bisher für stehenbleiben, oder so! Ich steh ja! Oh! 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 Oh Gott! Was war das denn? Ah! Das sind die Wichser von da oben! Ich komm mir nicht mehr weg! Und die schießen einfach auf einen Tod hier! Hast du eigentlich mal was zum Wiederbeleben? Für mich? Ich glaub schon... Oh Gott! Ich glaub schon fast ja, aber... ...irgendwann stehen! Auf einfach weiter! Ich hab nichts mehr zum Wiederbeleben und alles! Ja, wenn du nicht... Also nicht... Nee, nee, nee! Was für mich, was zum Heilen meine ich! Sag das doch! Wo sollen wir denn lang? Oh! Oh! Von mir ist grad so einer... Hat sich grad einer hier... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Fuck! Ganz nett! Okay, 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 okay! Ah! Scheiße, ich bleib! Ich sterb gleich! Ich sterb gleich! Ich sterb gleich! Ich sterb gleich! Sofort quasi! Hier ist ein riesiger Spinn-Typ und der tötet mich gerade! Vollkommen in Ordnung! Ich hab hier noch was zum Wiederbeleben! Oh! Ich hab ihn getötet! Sehr gut! Ich hab meinen Einsatz für'n Special Schuss verpasst! Haha! Ich meine nicht! Ähm, falls du irgendwo Leben findest, sag mir Bescheid, dann geh ich da hin! Ansonsten wage ich mich jetzt nicht mehr wieder weg! Ich hab hier was, ich weiß aber nicht, ob es Leben ist und ich werd es auch nicht zerhauen, um es dir wegzunehmen! Also das gefällt mir gar nicht! Diese Riesenspinne ist in der Mauser! Und was? Das bedeutet, sie wird noch größer! Du sagst gern Dinge, die ich erzählen möchte, was? Ah, okay! Da ist ein Hebel! Hier gibt's noch einen Waffenständer! Übrigens, bei mir hier unten! Hol dir jetzt erstmal hier das Ding! Äh! Ja, laufen will gelernt sein, ne? Da oben ist halt was zum Zahauen! Ah! Bitte! Oh ja! Wo ist es hin? Da ist es hin! Oh, die ist noch stärker! Ja! Nimm ich! Oh, und ich hab auch nicht viel langsamer am Schlagen! Also hat es sich gelohnt, oder was? Oh, hier ist noch ein Waffenständer! Ja, ich hab jetzt erstmal so einen neuen Superschutzbogen hier! Willst du Mana? Hm, nicht unbedingt, wenn du das brauchst, dann... Was? Ich brauch nichts! Ich hab alles voll! Okay, dann komm ich gleich hin! Mach nur den Waffenständer hier dann doch! Also... Okay! Oh, ein Mittlerer! Den hatte ich auch schon lange nicht mehr! Hä? Warum hab ich jetzt schon wieder einen Scharfschützenbogen ausgerüstet? Was soll denn das? Ich weiß es nicht! Wenn du es nicht weißt, weiß es nicht! Ach nee, jetzt liegt wieder der andere unten! Oh Gott! Jetzt liegt wieder der Schnelle unten auf dem Boden! Ey, das ist echt verwirrend hier! Du bist verwirrend! Danke! Sonst noch irgendwas? Nee, wa? Da ist nichts mehr! Gut, dann Party People in die Mitte! Jo! Ab zum Hebel! Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob's hier noch... Nee, ne? Nee, hab ich ja schon... Also, ich hab hier ja schon gekämpft! Jo! Vorsicht! Ich stehe direkt davor! Vorsicht! Ja... Oh, schön! Du stehst genau drin! Ja, und da sind wir jetzt runter, ja? BANZAI! Läuft! Wie in Silent Hill so... Was? Ein leeres Dingens? Every hole is a goal! Einfach rein! Oder was ist das? Every hole is a goal! So! Du hast hier kein Leben! Oh, hier! Komm schon! Ja! Alles nur Mana! Jemand, der volles Mana hat! Also wirklich voll, voll! Zerschlägt die Krüge um! Ja! Was kommt raus? Mana! Dreimal! Komm schon! Fünfmal! Sechzigmal! Ich möchte irgendwie ganz komisch rot an manchen Stellen! Äh! Ja, das ist voll komisch! So kleine... So... So Texturenfehler so an den Umrandungen von mir! Geht das merkwürdig! Ne, ich bin immer nur irgendwie... Keine Ahnung, die Brust ist so seitlich! Irgendwie sieht immer aus, als hätte ich irgendwie... Keine Ahnung, zu lange in der Sonne gelegen mit so einem komischen Bikini! Und jetzt hat sie so irgendwie was anderes angezogen halt! Oh, fack! Weg hier! Weg hier, weg hier, weg hier! Weg hier, weg hier! Oh, fack! Ach, ja das ist sehr einfach, wenn du mir direkt davor stehst! Es tut mir leid! Ich wollte auch nur um mein Leben kämpfen! Oh, oh. Achso, hier lang, ne? Ja, was glänzendes Wertvolles und ganz viele böse Gegner werden das sein. Ich hoffe es doch schon, ja. Oh, hier sind schon so viele Kerzen. Oh, Leben. So. Ich höre irgendwie übelst was atmen hier, das ist echt mies. Also das war gerade ich. Ne, nicht das, so. Okay, hier geht's runter. Wollen wir runter oder wollen wir erstmal... Ne, woanders gegangen geht's eigentlich im Prinzip denn nicht, oder? Oh, hier? Was? Ne, hier, von hier kamen wir nicht. Geht's auch noch nicht? Davon kamen wir. Nein, kamen wir nicht. Oh, stimmt. Sag mal! Hä, oder was? Ah, doch, da bist du dann. Oh Gott, das seh ich ja nicht mehr. Was ist das denn? Ich muss noch ein Gegner sein. Ist irgendwas, was mir nicht gefällt. Wir gehen. Wir gehen wieder. Ist Loch runter oder was? Wie, das Loch runter? Da war kein Loch. Oder meinst du das hier? Ne, hier will ich nicht runter. Da war eine Treppe. Kein Loch. Achso, okay, dann können wir ja da runter. Sollten wir zumindest runter können. Ja. Das ist eine Treppe. Oh, super, ein Sarg. Sieht bekannt aus. So eine Art, wie ihr schon gesehen. Mhm. Let's water out. Was talking about. Da hinten ist erstmal... Warum kann ich mir mein Feier an den Kerz nicht anzünden, bitteschön? So, warte. Gut, das Loch. Du stellst dich bitte auf die rechte Plattform. Da unten gibt's eine Truhe. Ah nee, du stellst dich bitte auf die rechte Plattform. Ja, ja. Und jetzt geht's wieder zu... Bumm. Hm. Ne, wenn wir durch sind. Hm. Oh, es ist so schön hell hier. Oh, ich seh nichts, so hell es ist. Es blendet mich. Hm. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Oh, Feuer, 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 Feuer. Oh, wir brauchen auch einen blauen Kristall. Der zweite, der zweite Brüder, wacht über den Preis mit dem anderen wieder. Der zweite, der zwei Brüder, naja, okay. Einen hatten wir ja schon, ne? Oh, da kommen... Ne, jetzt bist du. Oh Gott. Geht's gerade um die hoch. Das im düsteren, wachsende Leben. Alles klar, da geht's hoch. Hier ist aber Ende Geländer. Wir höchst nichts weiter. Okay. Sehr spannend. Da wahrscheinlich wieder zurück. So, dann geht's hier einmal lang. Das ist mir hier schon wieder zu. Weitläufig, ja. Mhm. Oh. Guck, dass du mit dem Licht herkommst, sonst hätte ich das nicht gesehen. Na, wer traut sich? Na du, weichst das kein Licht mehr ab. Perfekt. So muss das laufen. Ich hätte jetzt gern noch Mana. Hä? Es gab immer Mana, als es das gab. Was? Ja, grad eben, aber grad eben kann man auch nochmal so'n Gegner haben. Oh, jetzt wo du sagst? Ist das eine Art Uhr, oder? Ne. Schieß mal da. Obwohl, ne, dann ist dein Feuer weg, oder? Im Prinzip, oh, ne, ist immer nicht zwackiert hier grad. Oh gut, dann nicht. Da ist jetzt grad so'n gedum. So, links oder rechts? Achso, da gibt's gar nicht lang, ne? Ich weiß nicht. Nein, eindeutig nicht. Aber da ist auch irgendwas komisches. Ich glaub, wir können hier runter, oder? Was sieht so'n komisch aus, oh Gott. Dein Glänzender. Skalette, meine Lieblingsgegner. Und wer hat diese Leichen zusammengebunden, frage ich mich? Zumindest scheinen sie sie nicht gegessen zu haben. Oh, da war ne Pfanne. Vorsicht. Hm. Sieht's irgendwie überhaupt nicht nett aus. Muss ich leider gestehen. Hier geht's einmal runter, und da ist ne Tür. Aber nicht auf Wasser. Okay. So, das ist. Da brauchen wir nen Schädel. Ah, okay. Ah, stimmt. Ja. Uh, also brauchen wir nen Schädel für nen Kristall, und dann... Wir brauchen nen Schädel für den Kristall. Super. Ha. Immer diese Rätsel für die Rätsel. Immer diese Rätselception hier. Schrecklich, schrecklich. Hier ist ein Toter, aber wir können den Schädel nicht einfach nehmen. Der will nicht irgendeinen Schädel, der will den Schädel. Den Schädel. Den ganz besonderen Schädel. Okay, hier kommt man nicht durch. Das hat gerade schon wieder so ne Zeitquesti... Ah, da ist dieser... Oh. Das? Oh Gott. Und Gegner, super. Gut gemacht. Dieses Teil, was ich wollte. Was ich so verdächtig fand, aber... Ja. Hm. Hm. Ja, genau das. Ich ne. Das ist Geld und so. Vielleicht hier ist viel bisschen was für dich dabei. Ich hab mir da getan, alles wieder voll. Wow. Ich weiß schon, warum hier schon wieder ein Heil dran hängt. Dann heil ich mich mal eben? Sollen wir nicht durch? Hm. Ist das wie jetzt Sackgasse? Toll. Ist denn das hier... Muss es doch irgendwo weitergehen? Oder wir müssen jetzt den anderen Weg nehmen. Halt, warte, hier, komm zurück! Ja, ich bin noch hier. Ich bin noch da. Ah, okay, ich kann das auch. Jetzt dazu braucht man nicht so viele Muckis, ne? Das Wasser hat aufgehört, okay. Ja, und? Komische Geräusche, ne? Zurück! Zurück? Zum Anfang aller Anfänge. Oder halt Richtung da, wo das Wasser aufgehört hat. Hm. Also hier hin. Ja, vielleicht irgendwie da jetzt die Tür offen oder so? Oh, das ist halt... Ah, anfeuern, da oben. Ich weiß grad nicht wohin, aber ich werde das schon noch sehen. So, du gehst das Feuer an, wenn ich fünf Meter davon entfernt bin. Da oben. Ah. Der kann jetzt den Schädel nehmen, oder was? Keine Ahnung. Ach, ja. Das geht, der... Ach ja, doch, hier ist der Schädel. Oh, alter. Genau in mein Gesicht. Arschgesicht. So, jetzt haben wir den Schädel. Und jetzt greifen sie uns an. Ach, das ist echt irgendwie so obvious wie... Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass wir hier nicht allein sind. Du machst das, du machst den Rest. Ich überlasse ihn dir. Sehr gut. Oh, oh. I see it leuchting hier. Leuchting. Oh. It is leuchting. Ein kleiner Schiff. Ein Kristall. It is a beautiful Kristall. Ach so, was ist das? Warum jetzt eigentlich mit dem Schädel? Da war aber auch eine andere Tür, wa? Am Anfang? Hä? Nein, das ist nicht die gleiche Tür, wo wir ihn verschlossen hatten, oder? Ich glaube, wir müssen nach oben zurück zu der anderen Tür, oder? Ja. Das war die hier. Hier brauchen wir die jetzt irgendwo. Genau, hier. Hier brauchen wir den Schädel. Und da finden wir dann hoffentlich den Kristall. Oh. Ah. Oh mein Gott. Leuchtende Schädel. Mhm. Sehr schön. Mach dich leicht nervös. Ist wieder so hell. Oh, das ist auch schon direkt. So wie es aussieht. Ist das nett? Oder? Da ist doch eine Megawaffe. Willst du? Darf ich? Ich hatte das letzte Mal. Dann. Obwohl. Was denn? Oh. Oh, hallo. Oh, hallo. Was ist das ein Schild, oder was? Das könnte nützlich sein. Oder ich jetzt eh eine Schwere immer dabei habe. Nehme ich die jetzt einfach. So, warte. Den habe ich genommen. Die hast du ja. Okay, dann kommen wir mal ganz zurück. Geht so. Gut. Nun denn? Äh. Schwarz. Du rennst ja auch in die falsche Richtung. Wedel. Ah, da ist es nicht. Huch. Oh Gott, die schlagen hier gerade erlaubt mich ein. Ach, bei dir auch. Ich kann mich nicht mehr raus. Aber gern geschehen. Hä? Was redet du denn immer genau in die Mitte rein, hm? Wer ist ne ganz schön harte Nuss? Oh, ich kann mich um den hinter dir. Wow. Was machst du das jetzt mal? Ja, war's. Oder es geht. Weil es geht dann und dann gehen wir mal wieder. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. Ich finde es gerade echt ein bisschen zu dunkel hier. Echt? Ja. Findest du? Ich finde, das geht voll. Aber wir können auch wieder eben Part beenden, denke ich. Mit dem Fail gerade am Anfang haben wir jetzt 22 Minuten oder so. Ach, na dann reicht's ja. Okay, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.